Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Glossy Box Monat Dezember. Und zwar sieht die so aus. Ich habe noch nicht weiter. Hier sind ein paar Flyer mit dabei. Du hast deine Versicherung im Überblick bis zu 150 Euro Amazon Gutschein. Detail kenne ich nicht. Keine Ahnung. Dann Müsli. Kratis. Einmal. Einmal HelloFresh. Dann haben sie hier nur die Blume. Dann haben sie hier so Klamotten. Ist die Gutschein? Ich zeige dir noch. Oh, äh, Knirschschiene. Kaulschiene, wollte ich sagen. Fangen wir mal an. Schönes Design. Mag ich. Und es ist eine Metalllogo. Und ich kriege sie in das Glossy Box Logo und Schneeflocken. Richtig schön. Machen wir einmal auf. Hier haben wir dieses schöne Büchlein. Ich sage euch wie immer nur die Preise. Ich zeige euch das nicht. Schön gefüllt. Fangen wir mal an mit Bündeln. Diese wunderschöne Palette. Die sieht so aus. Hat einen Spiegel drin. Machen wir mal so. Die kostet 29 Euro. Und hat schöne Farben. Sieht schick aus. Ich zeige euch das mal kurz. So. Richtig schöne Palette. Die behalte ich auf jeden Fall. Die hat auch mehr Produkte. Diese Box. Dann haben wir hier einen Handschaum von Belou. Der würde kosten. Wenn man den so kauft. Das sind 75 Milliliter 3,95 Euro. Richtig schön. Kommt in meine andere Box. Das mag ich nicht. Ich sammle mal die Produkte. Wenn ich mal ein Flashpocket. Oder Verlosung demnächst kommt. Bei 50 Abonnenten. Ich habe ja auch einiges. Deswegen. Dann machen wir mal weiter. Ist hier ein richtig schöner Pinsel. Der würde. Ich sage jetzt mal den Preis. 15 Euro kosten. Hier ist auch ein Rabattcode. Zählen die 15 Euro. Auf laviacosmetik.de Richtig schön weich. Mag ich. Kommt in meine Pinselkiste. Hier hinten. Meine Katze ist hier. Das machen wir jetzt nicht. Machen wir mal hier. Pünktchen. Und zwar Nachtkonzentrate. Ampullen. Die Kosten. 2 Euro. 5 Stück. Die Bandern auch. Hier mit rein. Dann habe ich hier eine. Superfood. Da muss ich mal gleich gucken. Wo die ist. Wenn die hier überhaupt ist. Ich sehe die gar nicht. Hm. Ah hier. Was sind das? 20ml Schickenpreis. 60ml. Milliliter kosten. 19 Euro. Das ist. Eine Feuchtigkeitspflege. Oder ein Primer kann man das nehmen. Sehr schön. Teste ich aus. Dann habe ich hier noch ein schönes Produkt. Und zwar von. Yves Rocher. Von Yves Rocher. Von Yves Rocher habe ich noch nichts. Ein Serum. Antipolster Serum. Da gucke ich mal. Ob hier was steht. Ich habe noch keinen von Yves Rocher. Wie ich das hier überhaupt finde. So wie es aussieht. Ist das hier gar nicht mit drauf. Das ist hier gar nicht mit drin. Da kann ich euch nicht den Preis sagen. Ist leider nicht mit drin. Teste ich aber aus. Und dann ist hier noch eine schöne Probe. Von. Nummer 4, 7, 11. Bin ich mal gespannt. Das ist wohl ein neues wieder von dem. Das kenne ich nicht. Diese Flasche hier. Teste ich aus. Die Probe. Ja, ich mag die Box an sich. Würde ich weiterempfehlen. Diese. Dezember Box. Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Baby. Tschüssi. Hier bist du fertig. Bis zum nächsten Mal. Und dann kl ultimate. Wirst du etwas, complicater?